Was war gestern los mit mir? Was mit mir los war? Kevin, fick dich einfach. Komm schon, Tommy. Ich dachte, du wärst korrekt, aber du bist genauso verlogen wie alle anderen hier drin. Was soll denn der Scheiß jetzt? Du kannst stolz auf dich sein. Du hast dich gut hier eingefunden. Hey, Tommy, hör auf damit, okay? Wieso? Fick dich, du Schmuchtel. Lass es. Du bist hier die verlogene Ratte. Du bist hier.